hallo meine lieben ich habe heute meine neuzugänge von september 2022 und ich wollte wieder mit euch durchgehen was ich davon schon gelesen habe und was nicht genau da würde ich sagen fangen wir auch schon an und zwar einmal dann muss ich dran denken dass ich wieder einblenden das hörbuch scarlet and brown von johnson stroud der zweite teil die berüchtigten genau ich bin schon sehr gespannt auf das finale oder wie viele teile da jetzt auch kommen wird weil es wieder mitten an so einem spannenden ding einfach gekappt worden ist und ich jetzt schon ewig warte das weiter geht nämlich über ein jahr dieses jahr ist keins erschienen und ja mal gucken dann ist aber auch schon kann man abhaken schon erledigt schon gelesen dann ist bei mir eingezogen the way you crumble das ist der zweite band von der hang wie herz reihe von nina tramontani und das ist ein rezensionsbuch jetzt stützt alles ein weil ich mich kurz bewegt und das ist ein rezensionsbuch ist auch schon gelesen und hier drinnen gibt es natürlich eine playlist da könnt ihr auf jeden fall auf meinem kanal da vorbeischauen da gibt es ein passenden ordner der the way you crumble heißt und dann könnt ihr euch die ganzen songs anhören ist natürlich auch schon gelesen kommt auf den gelesen stapeln dann ist ein rezensionsbuch bei mir eingezogen winterträume im schnee von karen swan hat mir richtig gut gefallen kann ich mich noch sehr gut daran erinnern und es war natürlich auch so ein weihnachtliches büchlein fand ich richtig toll kann ganz viel schnee drinnen vor und war auch ein bisschen emotion kam ganz viele auch drinnen vor und wenn auf jeden fall ich mag ihre bücher ihre winter bücher sind ja eher immer so die spielen immer in der gleichen zeit in ihre sommerbücher haben so ein bisschen was mit dem reißen bis in die vergangenheit bis es dann also so ein bisschen wie sender rei die sage ich immer und das gefällt mir so als es hat er so eine bunte mischung das sind sozusagen ihre weihnachtsbücher alle weihnachtsbücher da habe ich auf jeden fall noch ein bisschen sehr viel zu lesen weil ich glaube ich habe gerade mal ja nur das jetzt gelesen und ich habe zwar noch ein paar da aber die ich habe mir vorgenommen auf jeden fall noch ein paar dieses jahr zur weihnachtszeit vielleicht noch eins davon zu lesen genau dann ist letztes jahr bei mir eingezogen der sechste band von harry potter und halbflutprinz in dieser wunderschönen jubiläums ausgabe habe ich natürlich diese ausgabe noch nicht gelesen aber ich habe natürlich schon mehrfach gelesen dann das letztes jahr ein rezessionsbuch beim eingezogen hinter den spiegeln zu kalt von dieser krim gibt es natürlich auch eine besprechung und ich wollte nur gerade nicht über nichts irgendwie besonders hervorzuheben außer vielleicht die haarfarbe von der autoren pink sind auf diesem foto genau ist auf jeden fall auch schon gelesen und besprochen wenn ihr auf jeden fall bei den passenden rezensionen vorbeischauen genauso wie trashing call aus der fünfte band von tami fischer ihrer fletscher university war das die fletscher das war die fletscher university rein bin ich gut genau aus der fünfte und somit auch der letzte band dieser reihe sie schreibt jetzt aktuell wieder an einer neune da bin ich auch schon riesig gespannt drauf und ich habe ihre fantasy reihe die ideologie noch nicht gelesen bin ich auch schon sehr gespannt drauf habe es vor ich weiß aber nicht wann weil es leute sind wir ganz ehrlich ich habe gerade so bock auf so viele bücher gleichzeitig zu lesen und irgendwie kommt zeit ja aber das will ich ändern das ist kommt auf den gelesen stapel dann auch auf den gelesen stapel kommt sechs tage zwischen dir und mir von dann adkins war auf jeden fall ich finde ihr ihre stories sind immer richtig gut aber dann nehmen die so einen komischen wandel mit dem man nur gerechnet hat und sie sind meistens schon ein bisschen sehr komisch also der klang deiner sessions habe ich jetzt auch schon von ihr gelesen und die anderen müsste ich noch also die sind immer so ja wir haben so eine stelle die sind so richtig toll und dann wieder wo man zu denken so ja dann auch schon gelesen dann auch schon gelesen der erste bahn von monsieur le comète und die kunst des tötens dazu gibt es auch eine besprechung falls ihr mehr zum inhalt wissen wollt ich habe inzwischen auch schon den zweiten band gelesen also da ist nach einem jahr gott sei dank der zweite auch schon erschienen und dann ist auch letztes jahr bei mir eingezogen never give up vertraue dir selbst von gülchan kam es kennt man gülchan natürlich noch aus den 90ern da war sie wie war moderatoren und hat natürlich immer sehr viel und schnell geredet jetzt ist die mutter und ja und selbstständig und sie ist trainerin speakerin influencerin mutter ökotropologin ja auf jeden fall hat mich auf jeden fall einige sachen waren schon sehr motivierend und ja das ist halt auch so ein bisschen wie so eine biografie mit so ein paar rad schlägen halt drin also sie erzählt zu ihrer geschichte dann hat sie sie nehmen dann erzählt sie halt wie sie dieses problem sozusagen gelöst hat und ja wie man das halt so am besten lösen kann wenn man halt dasselbe problem dann ist letztes jahr beim eingezogen die kraft des manifestierens dein persönlicher wunscherfüllungs coach für den alltag kann man auch so nicht so am stück lesen also man kann schon alles weglesen aber man sollte halt schon auch ein paar sachen verinnerlichen weil das ja wie so eine art sachbuch ist gibt es aber auch schon eine besprechung da es ein rezensionsbuch ist genauso wie das weihnachtswunder von starford wunderschöner weihnachtsroman wo es um ein buchladen gehen und mehr möchte ich natürlich nicht vorneweg erzählen das war doch das mit doch genau das ist das mit dem buchladen und was ich zeigen wollte kann man das sehen kapitel haben so wunderschöne schneeflocken und ist auf jeden fall richtig toll gemacht dann ist letztes jahr das muss ich kurz so ran schieben letztes jahr eingezogen der fünfte band des siegfried book club kein weihnachtsroman kein weihnachten ohne liebesroman ich weiß ich habe die ersten drei bände geliebt und habe seitdem nicht mehr weiter gelesen ich weiß auch nicht warum vier und fünf habe ich natürlich nicht gelesen und ja jedes mal denke ich mir warum ich habe es irgendwie noch nicht gebacken gekriegt zeitlich unterzubringen dafür habe ich aber dann bruce academy den dritten band von sarah sprints ihrer triologie gelesen mit dem wunderschönen farbschnitt diesen farbschnitten fing alles an und jetzt bin ich gefühlt nur am kaufen gegen den farbschnitten und es ist gemein und die kapitel sehen so aus und dann dieses logo von dieser unbrooch academy ist auf jeden fall eine wunderschöne reihe mit mit so einer clique und die lernen wir halt immer näher kennen und ja ist ja nur der alte story also und jetzt schande über mein haupt ich weiß ich habe es immer noch nicht gelesen und ich bereue es schon ein bisschen aber ich kann mich immer noch darauf freuen denke ich mir dann immer noch so und für mich wird es wirklich ohne spaß es wird für mich ein einzelband bleiben da es auch als einzelband geplant worden ist und ich schon von vielen gehört habe dass die vorzeigen nichts also nicht mehr gut war und deswegen bleibt es für mich ein einzelband also dieser einzelband steht immer noch ungelesen bei mir rum und zwar sind da und ella von kelly oran und ja von ihr habe ich mir auch mal vorgenommen all ihre werke zu lesen ja hat bis jetzt irgendwie noch nicht so geklappt ich glaube ich weiß gar nicht was hat sie alles rausgebracht ist gar nicht nach so happy end und dann das habe ich auch noch nicht ja also sollte ich vielleicht mal anfangen um bücher zu lesen dann ist letztes jahr weil mir eingezogen miss merkel band 1 mod in der okama ist natürlich gelesen habe ich geliebt hat aber lange gewahrt dass ich zum lesen kommen dazu also ist jetzt so dass ich das sofort gelesen hätte dann ist jetzt ist ja beim eingezogen der erste band der die von dieser reihe wie auch immer sie heißt in hat ernex games 50 milliarden dollar ein eine unbekannte erbe und viel mörderische nachkommen und ich weiß gar nicht wie die reihe heißt steht auch nicht wirklich was da nur denn in her training games keine ahnung heißt die reihe so ich bin auf jeden fall gespannt ist der erste band aber diese also ich muss sagen diese beiden liegen auf jeden fall schon neben mein bett auf einem riesengroßen stapel was ich so vorher als nächstes zu lesen und da stehen die schon wirklich an unterschiedlichen positionen stehen die auf jeden fall schon mit dabei ja dann das letztes jahr bei mir eingezogen und ich habe erst im nachhinein erfahren dass das zweite band ist und jetzt bin ich natürlich ein bisschen sauer auf mich selber recht nicht vorgeguckt haben und zwar der rise of the rich queen das problem ist band 1 werde ich jetzt niemals mehr mit farbschnitt bekommen denn den farbschnitt aber mega toll das heißt ich müsste jetzt entweder mir den zweiten ohne farbschnitt holen was wahrscheinlicher ist dass ich das hinkriege und so könnte ich den erst noch ohne farbschnitt holen weil ich werde glaube ich niemals im leben erst mal mit farbschnitt bekommen außer jemand ist gütig und verkauft diesen deswegen ja und der dritte ist jetzt auch schon erschienen deswegen bin ich jetzt gerade so soll ich mir den dritten jetzt nur wohl mit farbschnitt oder eher nicht oder so ich liebe alles ohne farbschnitt holen also das ist ein deswegen sollte man sich das vor überlegen hinterher ist schwierig dann ist letztes jahr bei mir eingezogen die erste band von schenifer ließ jager emily seymour totenbeschwörung für anfänge mit limitierte erst auf lage ja genau dabei schnell genug habe ich aber auch noch nicht gelesen als von daher hier ist hier so ein gelesen das gelesen stammt und jetzt zu den letzten drei büchern das schon gesehen ja und zwar habe ich mir noch mal dann deutsch akademie 1 und 2 zugelegt einfach weil es ja neue cover gab weil ich ja bei ersten noch die alten cover habt ja aussortiert finde es auch toll dass jetzt links hier vorne band 1 und 2 draufsteht die man auch irgendwie schreiben können ja aber man sollte schon froh sein dass es draufsteht weil ja es nicht selbstverständlich ist und sind natürlich auch noch umgelesen aber band 1 steht wie ella und in dings games auf den stapel neben mein bett und dann habe ich noch die girl in the love song einfach habe ich mir deswegen das geholt ich wusste gar nicht wie es eine reihe ist weil ich habe den klappentext gelesen gehabt und ich fand das so toll dass es ein liebeslied gibt wo sie sozusagen da drinnen vorkommt oder es über sie geht und dieser song wird halt berühmt ohne ende und sie verbindet aber damit nichts tolles und ja das ist natürlich dann diese reihe und ich finde sowas richtig also so überkitsch finde ich richtig toll habe ich meistens so im moment dabei gibt es natürlich auch noch eine playlist also sobald ich es gelesen habe habt ihr auf jeden fall dann auch die playlist zum anhören und dann ist letztes jahr bei mir noch eingezogen band jetzt muss ich jetzt gucken band 9 und an 10 von der geolino mini reihe die kann jetzt hier leider nicht und ganz hier unten im regal da sind die ganzen geolino drin das 8 9 vulkan und an 10 alles über den körper richtig gut vertonen und für kinder richtig toll geeignet das kommt dann auf jeden fall auch wieder dahin und dann zählen wir mal durch mit dem hörbuch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 sachen habe ich nicht machen so und dafür sind aber auch noch 1 2 3 4 5 6 7 9 ok sieht wieder mehr aus weil es dickere bücher sind wenn ich dann doch noch ziemlich gut davon gekommen weil ich dachte eigentlich okay hat wieder überhand genommen und ich hatte wieder mehr ungelesen als gelesen kam auch schon vor so ist es nicht aber dann bin ich froh dass ich dann doch noch nicht etwas zusammen okay meine lieben ich würde sagen wir sehen uns auf jeden fall bis zum nächsten mal und schaut auf jeden fall und in der infobox vorbei und dann würde sagen tschüss